Ist gute Geburtsvorbereitung wichtig? Die Betonung liegt auf gute. Und ich bin der festen Überzeugung, dass eine gute Geburtsvorbereitung extrem helfen kann, deine Geburt leichter und besser und schöner zu gestalten. Bin ich wirklich fest von Überzeugung? Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, auf die es ankommt bei einer Geburtsvorbereitung. Auf die komme ich gleich noch. Lass uns mal vorher das Gebot aus Geburtsvorbereitung wegnehmen. Allgemein über die Vorbereitung sprechen. Vielleicht kennst du das. Früher vor einem Vokabeltest in der Schule, einer Klausur, einer mündlichen Prüfung, ein Referat vor vielen Leuten. Wie ging es dir, als du nicht gut vorbereitet warst? Dir ging der Allerwerteste auf Grundeis vorher. Du warst nervös, du hast geschwitzt, dir ging es einfach bescheiden. Wenn du gut vorbereitet warst, warst du vielleicht auch ein Stück weit nervös, angespannt, aber irgendwie lockerer, ein bisschen selbstsicherer, zuversichtlicher. Und genau das ist die Quintessenz von Vorbereitung bei allen Dingen. Und so ist es bei der Geburt eben auch. Und bevor ich überhaupt den ersten Satz gesprochen habe bei meinem Geburtsvorbereitungskurs, habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, okay, ich mache jetzt mal eine Liste und schreibe auf die wichtigsten Dinge, die man braucht, um sich auf eine Geburt vorzubereiten, um wirklich so eine Geburt gut durchziehen zu können. Und ich dachte, das wird eine Liste, so eine DIN A4-Liste, wo ich dann die ganze Zeit schreibe und schreibe und schreibe. Und ich bin unterm Strich echt auf zwei Punkte gekommen, die immer wieder, auf die kam es immer wieder drauf zurück. Also es war so, dass ich ein paar Punkte aufgeschrieben habe, dachte ich, nee, korreliert irgendwie mit dem ersten Punkt, korreliert mit dem zweiten Punkt. Ich bin immer nur auf diese zwei Punkte gekommen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, das ist die Art Geburtsvorbereitung, die ich machen möchte, die den Frauen helfen wird, wenn sie das verstehen, was ich da erzähle. Und der erste Punkt, der erste Punkt, der wirklich fast im ganzen Leben gilt, der immer super wichtig ist, um Dinge leichter gestalten zu können, um da besser durchzukommen, ist Wissen und Information. Wissen und Information, die du verstehst. Das heißt, du musst verstehen, wie so eine Geburt abläuft. Du musst verstehen, wie so ein Becken aufgebaut ist. Du musst verstehen, was eine Eröffnungsperiode ist, eine Austreibung. Du musst verstehen, wie die Schmerzmedikation wirkt. Und du musst verstehen und die Informationen haben, wo du vielleicht, in welcher Position du entbinden willst. Du musst auch wissen und verstehen und auch die Informationen haben, was passiert, wenn es nicht so läuft, wie ich möchte. Das ist der erste Punkt. Wissen und Informationen zu haben, macht Dinge so viel leichter. Und das ist ja im Leben so. Wir haben uns nicht früher bei der Fahrschule ins Auto gesetzt und konnten das auf einmal, sondern wir brauchten erst mal Wissen und Informationen, wie funktioniert überhaupt was. Und dann konnte man erst in die praktische Sache einsteigen. Theorie ist extrem wichtig und das wird oft bei der Geburtsvorbereitung einfach so ein bisschen vergessen, dass man einfach dieses grundlegende Wissen braucht, um die Geburt zu verstehen, um dann auch lockerer und sicherer und zuversichtlicher da reinzugehen. Und der zweite Punkt, der auch für das ganze Leben gilt und das ist auch der Grund, warum ich diesen Kurs einfach ein Leben lang zur Verfügung stelle, weil ich denke, okay, der kostet jetzt Geld. Das ist auch für viele nicht wenig Geld, aber dann sollt ihr auch maximal was von haben und diesen Kurs einfach jedes Mal in jeder Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft hunderte Male sehen können, reproduzieren können, zurückspulen können, vorspulen können. Und deswegen, weil man Dinge üben muss. Und das klingt jetzt bescheuert, oder? Ne, Geburt üben. Aber es ist tatsächlich so. Wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halten muss oder irgend sowas, dann gehe ich das Szenario im Kopf schon durch. Ein Leistungssportler, der geht die Szenarien im Kopf vorher schon durch. Und was machen wir damit? Wir stärken unsere mentale Einstellung. Und die Mentalität, das Selbstwertgefühl, einfach die Einstellung zu etwas ist extrem wichtig. Und wenn ihr so eine Geburt durchspielt und viele Szenarien auch durchspielt, die normale Geburt, die Geburt im Vierfüßler, eine Wannengeburt, aber immer wieder auch die Wehen durchgeht. Wie fühlt sich das an? Was mache ich dann? Und das auch zu Hause übt. Ihr übt die Wehe zu veratmen. Ihr übt, euren Bauch zu streicheln. Ihr übt vielleicht auch die Massage. Ihr übt, euren Partner mit einzubinden etc. Wenn ihr das immer wieder durchgeht und übt, auch wenn es nur im Kopf ist. Ihr müsst da gar nicht irgendwelche Spirenzchen irgendwo in eurem Zimmer machen, sondern einfach irgendwo mit einer schönen Musik sitzen und euch das immer und immer wieder vergegenwärtigen. Dann seid ihr mental auf so eine Geburt sehr gut vorbereitet. Und wenn ihr dann noch auf dieses Wissen vom ersten Punkt zurückgreifen könnt, auf ein fundiertes gutes Wissen, auf gute Informationen zurückgreifen könnt, dann ist das ein Gesamtpaket. Und ich habe mir so viele Gedanken gemacht, habe mir überlegt, worauf kommt es an und habe natürlich auch so viele hunderte Geburten erlebt. Und bei den einen läuft es super von alleine. Man denkt sich, woran liegt das jetzt? Warum läuft es bei der Frau super und die hat echt Schwierigkeiten? Und dann hat man sich natürlich so seine Quintessenzen rausgezogen und hat gemerkt, ja, die war irgendwie anders eingestellt zu so einer Geburt als die andere, die da einfach sehr ängstlich und sehr unsicher schon rangeht. Und das ist nie ein guter Begleiter bei einer Geburt, weil dann verspannt man und Anspannung schlägt sich auf Muskulatur wieder nieder und ein Beckenboden ist nichts anderes als Muskulatur. Und da kommen wir schon wieder zur Anatomie. Ihr müsst also Wissen und Informationen haben, wie so ein Beckenboden aufgebaut ist. Ihr merkt schon, immer, egal welche Punkte ich aufgeschrieben habe und zu welchen Punkten und irgendwelchen Ideen ich kam, es kam immer wieder zurück zu den zwei Punkten Wissen und Information und Üben. Und wenn es nur Trockenübungen sind. Und so habe ich dann auch meinen Geburtsvorbereitungskurs aufgebaut, indem ich euch einen Theorie-Teil verschaffe, wo ich euch Wissen gebe, medizinisches Wissen, leicht verständlich, gut erklärt, hoffe ich zumindest, dass ihr checkt, was da abgeht. Und dann ganz zum Schluss noch einen kleinen Tipps- und Tricks-Teil, wo ich einfach so meine, ja, aus diesen hunderten Geburten meine besten Tipps und Tricks gesammelt habe und sage, okay, probiert das mal so und so mit dem Becken, probiert schon mal ein bisschen zu kreisen, macht mal die Übung, guckt mal diese Atmung, ob ihr damit klarkommt. Gut, einfach, um das schon mal im Kopf vielleicht zu üben, auch zu Hause mal zu üben mit so einer Atmung, um das dann vielleicht unter Geburt anwenden zu können. Dann habe ich mir noch gedacht, was fehlt bei dieser Art Online-Geburtsvorbereitung natürlich, ist dieser Austausch, der Austausch untereinander, Fragen zu stellen, Rückmeldungen zu kriegen etc. Also gibt es regelmäßig alle drei Monate einen Livestream mit mir, eine Live-Session für die Mitglieder dieser Website, damit man sich einfach austauschen kann, damit du Fragen stellen kannst. Sagst du, das habe ich geguckt, aber wie sieht es denn da und damit aus? Und ich sage dann, ja, kann ich dir sagen, so und so. Und dann hast du dieses Feedback und diese Rückkopplung und die Rückmeldung auch an mich, ist mir zum Beispiel auch sehr wichtig, dass ich einfach sage, okay, die Leute haben jetzt Geld bezahlt für mich, für den Typen, der da vor der Kamera sitzt. Und da möchte ich denen auch irgendwie was live zurückgeben, in Farbe und Stereo. Versteht ihr? Und so ist dieses Gesamtkonzept einfach gewachsen und gewachsen und jetzt ist es rund und ich freue mich, euch sagen zu können, gute Geburtsvorbereitung ist extrem wichtig und ich glaube, mit diesem Kurs seid ihr sehr gut vorbereitet. Ich bin immer dankbar für Feedback und auch Kritik, positiv wie negativ. Das hilft mir einfach, diesen Kurs besser zu machen, denn dieser Kurs ist ja jetzt nicht abgeschlossen, verschweigt. Und versiegelt, sondern das ist dynamisch. Wenn mir noch ein Thema einfällt oder ihr sagt, Leute, da wäre vielleicht dieses Thema vielleicht noch gar nicht so schlecht, auch zu besprechen, dann mache ich ein Video, lad das hoch und es ist inklusive, weil ihr habt lebenslangen Zugriff und könnt dann auf dieses neue Video auch zugreifen. So bleibt das ein dynamisches Gesamtkonzept, gilt für jede Schwangerschaft, jede Geburt und ihr dürft jetzt diesen Kurs buchen, wenn ihr wollt. Und wenn ihr nicht wollt, ist das auch völlig in Ordnung. So, einen kurzen Punkt noch zur Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Da bin ich dran. Ihr habt das, glaube ich, damals im Livestream auch, oder einige von euch mitgekriegt, dass ich da sauviele Krankenkassen angeschrieben habe, die noch so ein bisschen rumdrucksen. Die sagen, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, ist vielleicht. Aber es ist ganz neu. Und wenn was neu ist bei Krankenkassen, ist das relativ schwierig, ist auch ein Politikum etc. pp. Aktuell, heute ist der 1. September 2019, gibt es noch keine Krankenkasse, die Anteile übernimmt oder auch die gesamten Kosten übernimmt. Ich bin weiter dran. Und wenn ihr, und das ist jetzt euer Part, einfach die Leute anschreibt, die Krankenkassen anschreibt, hier, ich habe einen Geburtsverordnungskurs online besucht, das ist ein Arzt, wollt ihr nicht die Kosten anteilig übernehmen oder komplett übernehmen, dann checken die vielleicht, hey, die Anfrage kam jetzt zwei-, dreimal, ach, da war ja auch dieser Typ, der hat uns mal angeschrieben. Vielleicht machen wir es doch. Also ich glaube, die brauchen einfach so ein bisschen einen Tritt in den Hintern, damit sie merken, dass das auch die Zukunft ist. Es wird immer mehr Onlinekurse geben, bequem von zu Hause. Sich auf die Geburt vorbereiten ist ziemlich gut, wie ich finde. Vor allem, wenn man schon zwei-, drei Kinder zu Hause rumflitzen hat. Wie soll man da, weiß ich nicht, eine anderthalb Stunde irgendwo hinfahren? Und die brauchen einfach so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Unterstützung von uns allen, um zu merken, das ist eine sinnvolle Sache. Deswegen schreibt die Leute ruhig an. Und das sage ich allen, die meinen Kurs buchen und fragen, sage ich, ich schreibe die an, schreibe sie an und ich schreibe sie auch immer weiter. Das noch zum Thema Kostenübernahme. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Auf die Geburt vorbereiten, in welchem Maß auch immer, in welchem Sinne auch immer. Wir sehen uns bald wieder. Wir hören uns bald wieder. Ciao. Wir sehen uns bald wieder.